Die Preise sind vergeben. Sieger ist der Adelsheimer. Bombero Cabra. Glänzendes Metall prägt die imposante Erscheinung. Filigrane Linien zeigen einen beeindruckenden Körper. Einen stolz gehörnden Schädel. Eine Schulterpartie krönt das gefährlich wirkende Geläuf mit kunstvoll gewachsenen Hufen. Der Künstler. Ein hochtalentierter mit vielen Preisen ausgezeichneter junger Wilder der Kunstszene. Sein Name Bombero Cabra. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017